Wo finde ich denn die Sekundärwaffe 2? Wo hab ich die? Komm zur Front! Ich hab wieder... Ich hab den Sniper mit Scope! Yippie! Geil! Ja, du hast zu lange... du hast wieder irgendwie... Achso, Sekundärwaffe? Ja genau, ich muss nämlich diese 5 Kopfschüsse machen und Feinde in Bauchlagetüten. Dann krieg ich erst die Pistole. Ah, okay. Ey, die kommen doch von hier? Wo lauft denn ihr hin? Oder? Guck ich falsch. Ne, ich gucke richtig auf die Fronten unten. Auf die... Und hier müssen die irgendwie kommen. Ach jetzt? Achso, es ist noch gar nicht losgegangen. Jetzt gehts erst los. Jetzt, jetzt! Wenn der Mann mit der Trillerpfeife kommt. Oh, ich bin tot. Die hat doch nichts getan. Verteidige doch hier nun. Du rennst da auf mich zu. Na toll, jetzt sind die ganzen Typen weg. Hurra! Oh, Alter. Wie soll ich denn hier im Bauchlager einen töten, sag mal? Ja, das ist eine gute Frage. Das einzige, was die dann sehen, ist deine Rübe. Dann kriegst du deine Headshots. Ui, ui, ui. Oh. Wo sind sie denn? Sakramenti noch einmal. Ah, die sind schon oben! Die kommen von rechts! Jetzt habe ich die, aber jetzt muss ich noch die Bauchlage machen. Das habe ich glaube ich alles nebenbei immer mal so mitgemacht scheinbar. Ah ne, es fehlen noch zwei. Zwei Kopfschüsse fehlen. Das war Gruppenaufstieg 4. Das ist ein Hass, aber... Da liegt doch... Alter, willst du mich verarschen? Wer schießt denn mir hier in den Rücken? Ja. Wo sind die Kasper jetzt? Ich weiß es nicht. Ey, da sieht er mich auch. Aber was ist hier los? Das gibt's doch nicht. Ich bin im Gras. Ja, ja. Ich bin im Gras. Ich bin im Gras. Ich bin im Gras. Sag mal, lass mich mal in Ruhe, Mann. Au! Ey, wie geht denn sowas? Ich sehe nichts. Weißt du, weil ich die Grasheimer vor der Fresse habe? Aber er trifft mich hier. Ach, er steht neben mir. Wie du immer noch liebst, wenn ich tot bin. Das gibt's gar nicht. Ja, du machst dafür die Kills. Ich laufe hier nur ums nackte Überleben. Na ja, du hast da einen Scope, ne? Ja. Na ja, deswegen darfst du auch nicht so weit nach vorne. Ich muss ja nicht weit nach vorne. Wo ist er denn hin? Boah. Da lager die Ratte. Ich habe ihn aber erwischt. Jetzt. Da lager die Ratte. Na? Lagerfeld. Ich muss mich ja immer irgendwo hinlegen, weißt du? Ja. Das nervt mich ja richtig. Stimmt. Du hast ja die Aufgaben. Aber ja. Gut, jetzt. Für die Pistole. Ja. Würde ich es schon machen. Ich habe es. Aber meistens ist es halt kacke, wenn du es erzwingen möchtest. Ja, ja sicher. Jetzt ist sowieso. Ich habe sie glaube ich. Ich muss jetzt noch ein Kopfschuss und dann. Okay. Wo sind sie alle hin? Kamen doch gerade die ganze Meuter. Oh, ich glaube ich muss mal weg hier. Er sagt, ich bin hier halbtot. Vom Flugzeug Schaden gekriegt. Ja, genau. Mein Penner. Drei Schuss habe ich noch drin. So, ich habe mal eine Pistole. GZ. Geil. Gleich direkt danach gestorben. Eine Freude war von kurzer Dauer. Da war wenig Sassen. Das ist doch schon mal viel wert. Jetzt kann ich die auch aufrüsten. Einrüsten. Was ist denn das hier? Reduziert Schaden. Explosion. Unterdrückung. Oh, das ist aber besser hier, ne? 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 Oh, da oben kommen sie runter, Junge. Die blauen Köpfe. Wo, wo, wo bin ich denn? Ja, wie sie alle kommen? Alter, so geil. Ah, da kommen sie, ja. Ich will wieder hier hin. Ah, haha. Oh, lass das mal nach. Ich habe noch ein Körperpanzer rum, Junge. Danke, Felix. Felix. Felix hat mich geheilt. Kleiner Typ. Wir sind halt eine saucoole Dauer. Boah, die ist aber cool hier. Junge. Dass ich das nicht gleich von Anfang an gespielt habe. Oh nein, wieso denn das? Ich wurde viel lautlos fiel ich um. Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Peter, was ist das denn für eine geile Kerl, Alter? Ja. Also die Pistole, ne? Die ist ja Gold wert. Ja. Sag ich doch. Mal kurz drei Stück oder zwei Stück noch weg gemacht, weil ich keine Mumpeln mehr will. Oh, Alter. Hat sich zerrissen. Ja, aber wie? Hauptsache, du hältst immer die Stellung. Komm ich immer wieder bei dir rein. Das ist gut. Das ist schwer. Der hat es zerrissen jetzt. Dieses Gewackel, wenn das einschlägt, das ist blöde. Mist. Wie sie hier rumstapfen. Also rennen kann man das nicht nennen. Das sind so die ersten Kleeversuche der Menschheit. Sag mal, hör auf bei mir zu schießen an. Ich muss mich schon wieder herflecken, das gibt es gar nicht. Aber weißt du mal Bescheid, wie das läuft mit Pistole? Ja. Ist doch ne Lecke, oder? Das ist doch was ganz Edles. Ja, das ist also auf jeden Fall ein Muss eigentlich, ne? Oh, dieses Gewackel. Fies doch! Oh Mann, die mit ihren scheiß Granaten, Junge. Oder Explosionen, oder was ist das? Blutzeuge. Ach, ich blute? Das stimmt doch gar nicht. Jetzt blute ich. Jetzt bin ich tot. Jetzt will ich mir meinen Helm wieder haben. Die Pistole ist so goldig. Und als nächstes gibt es noch ne bessere Pistole. Echt? Besser als die? Das kann doch gar nicht sein. Doch, kein Revolver, sondern ne Pistole, ne? Ja. Wo seid ihr? Aber der Revolver macht glaube ich höheren Schaden. Musst aber mal gucken, da steht irgendwas mit Mannstoppwirkung oder irgendwas, weiß ich nicht was das bedeutet. Du stoppst einen Mann. Ja gut, klar. Mannstoppwirkung heißt, ne? Dann vielleicht doch mit einem Schuss tot. Und bei dem anderen vielleicht zwei, ne? Aber im Magazin wäre schneller nachzumachen. Wir werden es gewahr werden. Wir werden es gewahr werden. Ja, genau. Wir müssen es testen. Me ist kaum geheilt, schon tot. Jetzt müssen sie den Berg erklimmen. Ich weiß gar nicht, wir müssen hier runter, ne? Ne, ne. Wir müssen die abhalten, hier hochzukommen. Geile Gefangenen! Oh, ich weiß gar nicht. Ah, von da, ne? Oh, Alter. Jetzt bräuchte ich aber einen Scope. Wo ist das? Gibt es hier kein MG? Keine Ahnung. Man sieht es ja auch nicht auf der Map, oder? Na, ich sehe sowieso nichts. Hier brauchst du einfach bloß reinhalten, Junge. Naja, ich habe ja keinen Scope, ne? Nein. Mist, schnell. Lad nach. Sie kommen gerade so schön. Ich habe sogar einen von der Empferde. Wir haben eine Pistole erledigt. Krass. Nein, ich bin tot, mein schöner Standort. Müssen wir vorsichtig sagen. Hier kam, glaube ich, schon einer die Straße hoch. Nein. Der kleiner Meisenmann, warte. Du warst den Weg komplett umsonst gelaufen. Du auch. Das ist ja wieder Schießbooter. Oh, Alter, von hinten. Oh, von hinten. Sie kamen. Die kommen mit drei, vier Mann hoch. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was nicht sein darf. Ich komme mal zu dir. 40 Sekunden. Die Pistole ist nachgeladen. Dann rot sich die Vögel immer weg, du. Ja, es gibt ja auch nur zwei Killermaschinen in dem ganzen Spiel hier. Was ist das? Ja, wir beide, sag ich. Ach so. Wenn du auf die Dings guckst. Komm zu mir. Da nehme ich nämlich die Pistole. Na, da hast du ihn. Oh, bist du noch da? Ja. Bleib am Leben. Natürlich. Ich bin komplett leer geschossen. Ich muss mich erst mal... Ach, schießen lassen? Nein. Ja, doch. Er kam hoch. Pass auf, sie sind auch... Die kommen jetzt von hinten. Von hinten. Drei, vier Mann. Die haben den hinteren Pfad genommen zum Werkhof. Okay. Lass mich rein. Ich muss doch meine Buddies beschützen. Nein. Nachladen. Weg mich hin. Sie brechen durch. Um Gottes Willen. Das war's mit dem Durchbruch. Aua. Irgendwasch. Da ist einer hinter uns. Du bist da... Bist du am Mörser? Pass auf. Nein, der am Mörser. Er ist zu doof. Nein, der hat auch Glück gehabt. Nikoli oder wie er hieß. Ich hab den vom Mörser. Ach so, das war keiner von uns. Nein, kaum. Irgendwas mit 15 Feinden muss ich machen. Shit. Keine schöne hier. Wie sagt man? Nein, jetzt nicht mehr. Position haben wir jetzt hier ver... ...geudelt. Sie kommen von unten, aber... Ja. Schieß Bruder. Sie wollen durchbrechen. Gib alles. Oh nein, 17 Sekunden. Nicht mit uns Kollegen. Alter, er schlägt den mit der Schaufel. Boah. Boah. Schade, jetzt wollte ich's wissen. So, jetzt geht's aber los hier. Ich bin voll gefüllt bis oben hin. Komm zu Papa. Was hat der denn für Problem? Nein, ich kann mich nicht hinlegen. Also, wenn du die Pistole nicht ganz voll füllst, ne? Dann lädt er nach, statt schießen. Er hat mich grad noch nicht ins Leben gewusst. 20 Feinde aus 50 Metern Entfernung. Nein! Schade. Da kommt wieder ne Meute. Die Straße hoch. 2 mit einem Schuss. Das geht ja. Nein, irgendwie ja. Also sind beide umgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das war. Ey, wo bin ich denn jetzt? Allo, Verrat am Volk, Junge. Jetzt muss ich ja am Arsch der Welt hochlaufen. Die Dasein sind die alle da. Ja, da bin ich vorhin auch gesporen, ey. Und jetzt auch. Hinter dir. Kraxel hoch. Bin oben. Oh, oh, oh. Rote Punkte auf der Map. Ei, ei, ei. Da will ich hin. Gib mir den Platz, der die Pollen hatte. Geht's denn hier lang? Sag mal. Muss ich mal von unten nach oben laufen? Sag mal du Kasper, er steht hier neben mir am Mg und ich höre nicht einen Schuss von ihm. Schlafen oder was? Oh. Die armen Schweine. Oh. Oh, die haben ja noch 233 Leute. Also das wird, glaube ich, unser Spiel jetzt hier schlecht. Oh, ich hab's nicht geschafft. Du alter Loser, Mann. Nein. B. Ach, A, mich hat einer geheilt. Ich wäre fast runtergefallen da, wo ich gesporen bin. Was soll das denn? Sind die ja schon durchgebrochen oder war das? Oh, KS Maske. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ne. Au. Was ist los? Ja, es hat mich was zerfetzt. Du bist zu weit vorne. Ich komm zu mir. Nein. Nein. Sie stürmen wieder die Hänger. Ja, ich komm da hoch. Ich hab irgendwie so ein Verbindungsabbruchzeichen. Muss ja das denn. Hier oben standen ein paar Tiroler rum. Alter, 80 Kills, 60 Kills haben wir. Na, komm doch. Alter, jetzt hab ich keine Emotionen. Nein, ich hätte in Denkung gehen sollen. Das bringt schon, das macht schon den Unterschied. Das sind acht Schuss, ne? Uiuiuiuiui. Jetzt haben sie wieder einen Berg bombardiert. Oh, jetzt haben sie mich. Mit drei Mann mussten sie mich holen. Wie im echten Leben. Ja. Was ist's? Wuiuiuiuiuiui. Ne, hier ist noch Gas. Du meinst hier die Gasmaske absetzen? Nein, ach Mensch. Ja, komm doch, ne? Ah, dem hab ich noch einen schönen Headshot verpasst. Ich muss mich mal heilen. Ah, ich werd geheilt, alter, geile Typen hier. Ich hab schon mal Schießstand angesagt. Kann ich abnehmen? Yes. Yes. Die wollen immer irgendwie zum MG oder sowas. Ja, aber du bringst sie ja trotzdem um. Das haben sie mich endlich. Endlich alleine. Ich hatte sowieso nur noch zwei Munition oder so. Oh nein. 45. Nein. Nicht tu, nicht tu. Nein. Nein, das ist der Scheidepunkt hier. Den können die gar nicht nehmen, alter. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Saß da. 14 Leute sind noch da von denen. Ne, das war's. Das war's, ne? Ich hab hier meisten Abschüsse. Höchste Zielpunktzahl. Geil. Geiserschütze. Na, mit meinem Backblech vor der Brust. Was? Geiserschütze? Erpanzerte. Erpanzerte. Was ist denn das? Was bedeutet denn das? Weil ich diese Panzerdings da hab, weißt du? Aber wieso erpanzert? Haben sie dich erpanzert? Ich hab keine Ahnung. Erpanzerte. Geiserschütze erpanzerte. Aber wir haben ja ordentlich killtechnisch reingemetered. Copyright untertitelčft. Die